Ein wichtiges aktuelles Narrativ besteht darin, das Feindbild Sowjetunion aus dem Kalten Krieg durch das Feindbild Russland zu ersetzen und die Angst vor einem russischen Angriff über die Ukraine hinaus zu schüren, damit die Bevölkerung die enormen Kraftanstrengungen, die dieser Krieg ja auch für unsere Gesellschaften bedeutet, ohne zu mohren mitmacht. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Freund-Feind-Bilder und die Dämonisierung eines Gegners dazu dienen, eine ganze Gesellschaft kriegsbereit zu machen. Der deutsche Verteidigungsminister, der heißt ja nicht Kriegsminister, der deutsche Verteidigungsminister benutzt zunehmend die Begriffe kriegsbereit und kriegstüchtig, statt wehrhaft und verteidigungsfähig, das unterläuft ihm ja nicht aus Versehen. Und dieses Kriegsvokabular, das hält ja in diversen westlichen Staaten Einzug und wird nahezu selbstverständlich. Es wird ja auch zunehmend von Kriegswirtschaft gesprochen. Auch bemerkenswert, dass einer der beliebtesten deutschen Fußballclubs Borussia Dortmund neuerdings kein Problem damit hat, sich vom größten deutschen Waffenhersteller Rheinmetall sponsern zu lassen. Bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch an alle Spanier zum Gewinnen der Champions League. Dieses Angstschüren vor einem russischen Durchmarsch in andere Länder steht allerdings in einem logischen Widerspruch zu folgendem. Westliche Staaten haben der Ukraine ja nun erlaubt, gelieferte Waffen auch auf russischem Territorium einzusetzen. Warnende Stimmen, die auf ein Eskalationspotenzial hinweisen, wenn eine Atommacht sich in ihrer Sicherheit bedroht sieht. Warnende Stimmen werden ja damit beschwichtigt, dass es heißt, die Russen drohen ja nur. Die Russen werden noch nicht die NATO angreifen. Ja, also was denn nun? Durchmarsch oder nicht? Ich denke, es wird hier kaum jemanden geben, der den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt. Aber bei dieser Erkenntnis stehen zu bleiben, die Vorgeschichte komplett auszublenden und sich mit Begriffen wie Gerechtigkeit und Strafe auf einen moralischen Thron zu begeben, von dem aus keine Gnade für Verbrecher möglich ist, das ist meines Erachtens ein Versagen von Politik. Ja, es gehört zur Menschlichkeit, angesichts von menschlichem Leid mitzuleiden, mitzufühlen, irgendwie helfen zu wollen. Aber es gehört zur Professionalität von Politik und Medien, sich davon nicht überwältigen zu lassen und keinesfalls politische Analyse durch Moral ersetzen zu wollen. Das führt in die Irre und sicher nicht zu intelligenten Lösungen für tatsächlich vorhandene Probleme. Um Missverständnisse zu vermeiden, ich plädiere nicht für eine Politik ohne Moral, ganz im Gegenteil. Aber für mich zeichnet sich moralische Außenpolitik zum Beispiel dadurch aus, dass man die Dinge bis zum Ende denkt und dass man das Wohl von Menschen ganz konkret im Blick hat und nicht das mustergültige Befolgen irgendwelcher Prinzipien, nach denen man sich selbst richtet. Gabriele Krone-Schmalz liefert in diesem Beitrag eine eindringliche und mutige Analyse, die das westliche Narrativ zum Ukraine-Krieg in Frage stellt. Sie legt dar, wie die öffentliche Meinung durch gezielte Rhetorik manipuliert wird und zeigt auf, dass die politische und militärische Eskalation auch von westlichen Staaten bewusst vorangetrieben wurde. Hier ist ein Beispiel, wie die einseitige Dämonisierung Russlands und das Schüren von Ängsten als Mittel genutzt werden, um die Gesellschaft auf einen Kriegskurs einzuschwören, der vermeidbar gewesen wäre. Dann werfen wir also jetzt mal einen Blick auf das, was sich im unmittelbaren Vorfeld des russischen Angriffs abgespielt hat, was in der westlichen Berichterstattung aber eher nicht vorkam und wenn doch, dann von vornherein als russische Propaganda identifiziert wurde. Um auch da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich gibt es russische Propaganda, das ist überhaupt keine Frage. Wobei, Propaganda können sie alle. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Moskau. Also klar gibt es das, aber nicht jeder russische Blickwinkel ist von vornherein Propaganda. Das zu behaupten, ist lediglich die bequemste Variante, sich nicht inhaltlich auseinandersetzen zu müssen. Fakt ist, dass in den östlichen Gebieten der Ukraine seit 2014 Krieg herrscht. Nicht erst seit 2022. Die Verwaltungsbezirke Donetsk und Lugansk im Donbass, die wollten zunächst mehr Autonomierechte innerhalb der Ukraine und hatten sich dann für unabhängig erklärt, weil sie den Umsturz in Kiew nicht mitmachen wollten, der für sie nichts Gutes verhieß. Das lässt sich im Einzelnen belegen und wie so oft ist auch da die Chronologie von entscheidender Bedeutung. Dass Russland später das für seine Zwecke instrumentalisiert hat, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber der Ausgangspunkt war ein absolut innerukrainischer. Jedenfalls versucht die Kiewer Regierung seitdem, diese Gebiete mit militärischer Gewalt zurückzuerobern. Das nennt die allerdings auch nicht Krieg, sondern Antiterroroperation. Aber diese semantischen Feinheiten, die gibt es ja auch in Deutschland. Bundeskanzler Scholz hat vor einiger Zeit in einer Gesprächssendung vom amerikanischen Engagement in Afghanistan gesprochen und natürlich den Krieg dort gemeint. Engagement hört sich ja noch besser an als Spezialoperation, wie man den Krieg in Russland nennt. Vielleicht fällt Ihnen ja auch ein passendes Beispiel aus Ihrem Land ein. Das Leid in der Ostukraine wurde vom politischen Westen eher nicht zur Kenntnis genommen, trotz der insgesamt etwa 14.000 getöteten Zivilisten bis zum russischen Angriff vor gut zwei Jahren. Und trotz der regelmäßigen Berichte der OSZE. Da gab es auch getötete Kinder. In Donetsk steht seit dem 1. Juni 2017 ein Denkmal für Kinder, die Opfer von Bombardements geworden sind, auf dem fast 200 Namen stehen. Innerhalb von drei Jahren. Etwa ein Jahr vor Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Zelensky ein Dekret erlassen, in dem die Rückeroberung der Krim quasi angeordnet wurde. Einige Zeit später begann man damit, ukrainische Streitkräfte im Süden und Osten des Landes zusammenzuziehen, was Russland natürlich nicht verborgen geblieben ist. Dabei handelte es sich je nach Quelle um 60.000 bis 80.000 Soldaten. Parallel dazu fanden zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee diverse NATO-Manöver statt und die Zahl der Aufklärungsflüge der USA an der ukrainisch-russischen Grenze stieg nennenswert. Im November 2021, also drei Monate vor dem russischen Angriff, haben die USA und die Ukraine ein Abkommen über strategische Partnerschaft geschlossen, in dem sowohl die NATO-Perspektive der Ukraine als auch die Rückeroberung der Krim als Ziele genannt wurden. Im Januar 2022, also einen Monat vor dem russischen Angriff, hat die NATO die Ukraine eingeladen, an der NATO-Agenda 2030 mitzuarbeiten, also dem Strategiepapier der NATO. Und das, obwohl die Ukraine gar kein NATO-Mitglied ist. Und, wie man jüngst in der New York Times lesen konnte, die USA betreiben seit etwa acht Jahren zwölf geheime CIA-Basen unmittelbar an der ukrainisch-russischen Grenze. Dieses Engagement amerikanischer Geheimdienste soll, so die New York Times, eine Schlüsselrolle gespielt haben, bei der Entscheidung des russischen Präsidenten, im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren. Moskau habe nämlich befürchtet, dass sich die Ukraine mithilfe der CIA, des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 und weiterer westlicher Dienste in ein Sprungbrett für Operationen gegen Russland verwandelt. Wenn zum Zeitpunkt des russischen Angriffs damals solche Überlegungen geäußert wurden, also Geheimdienst und NATO-Aktivitäten auf ukrainischem Boden, als Auslöser für den letztlich nicht im russischen Interesse liegenden Angriff, dann war schnell von Verschwörungstheorie die Rede. Auch die gibt es natürlich, ganz klar. Aber kennen Sie den Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Wahrheit? Mindestens zwölf Monate. Stammt nicht von mir. Ich weiß auch leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie hat es was. Fazit bis hierher. Die Vorgeschichte des russischen Einmarschs stellte in mehrfacher Hinsicht aus russischer Perspektive eine Bedrohung für Russland dar. Schon gar, weil fast alle Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge nicht mehr gelten, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass sich die Unterzeichner wenigstens halbwegs sicher fühlen konnten. Und es waren die USA, die diese Verträge einer nach dem anderen gekündigt haben, nicht Russland. Nichtsdestotrotz, der russische Einmarsch am 24. Februar 2022 war völkerrechtswidrig. Etwa einen Monat nach Kriegsbeginn hatte man in Kiew Angst davor, von den russischen Truppen überrannt zu werden. Und in Moskau musste man feststellen, dass das mit dem Vormarsch nicht so lief, wie gedacht. Die Voraussetzungen für Verhandlungen und ein schnelles Ende des Krieges, die waren also sehr gut. Auf Bitten des ukrainischen Präsidenten hat sich der damalige israelische Premierminister Bennett als Vermittler betätigt. Und es kam im März 2022 in Istanbul zu Verhandlungen, die erfolgreich verliefen, und zwar ganz im Sinne der Ukraine. Parallel dazu fanden direkte Verhandlungen zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation statt, die schon in der dritten Märzwoche sich auf die Grundzüge einer Vereinbarung geeinigt hatten. Grob gesagt bedeutete das, die Ukraine verzichtet auf eine NATO-Mitgliedschaft und duldet auch keine ausländischen Militärbasen auf ihrem Territorium. Russland versprach, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren und seine Truppen abzuziehen. Damit ist Russland im Übrigen auch in Vorleistung getreten, um seinen guten Willen zu zeigen. Die russischen Truppen haben sich damals nämlich aus dem Raum Kharkiv und vor Kiew zurückgezogen. Für den Donbass und für die Krim gab es spezielle Regelungen. Genaueres sollte im Laufe von 15 Jahren friedlich, wie es ausdrücklich hieß, ausgehandelt werden. Alles wunderbar, sollte man meinen. Und dann gab es am 24. März 2022, also vier Wochen nach Kriegsbeginn, einen NATO-Sondergipfel in Brüssel, auf dem schlicht festgelegt wurde, die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nicht zu unterstützen. Warum? Das brachte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin bei seinem Besuch in Kiew einen Tag später auf folgenden Punkt. Man wolle die Gelegenheit nutzen, Russland durch diesen Krieg auf Dauer militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Es ging also nicht um den Schutz der Ukraine oder darum, in der Ukraine unsere Freiheit zu verteidigen. Das hat nebenbei bemerkt, ja auch schon damals für den Hindukusch nicht gestimmt. So wurde ja auch für den militärischen Einsatz in Afghanistan argumentiert, jedenfalls in Deutschland. Noch am 27. März, also zwei Tage später, zeigte sich Zelensky zuversichtlich, was diese Friedensvereinbarungen betraf und sprach wie selbstverständlich davon, dass er sich eine Neutralität der Ukraine durchaus vorstellen könnte. Und dann reiste der britische Premier Boris Johnson überraschend nach Kiew am 9. April und machte Zelensky nachdrücklich klar, dass eine Beendigung des Krieges zu diesem Zeitpunkt nicht im Interesse der westlichen Staatengemeinschaft liege. Und fortan wollte Zelensky von all dem, was erreicht worden war, nichts mehr wissen. Um das an dieser Stelle mal einzuschieben, dass die Ukraine beziehungsweise ihre Repräsentanten so vehement vom Westen Waffenlieferungen fordern, nicht erbitten. Und dass Zelensky Anfang April gesagt hat, dass Zögern bei Waffenlieferungen sei inakzeptabel. Das ist ja schon harter Tobak, sich so auszudrücken. Aber der Hintergrund ist natürlich klar. Wenn ihr, westliche Staaten, damals ein Ende des Krieges nicht haben wolltet, ja dann helft uns jetzt gefälligst, das durchzustehen. Ein besonders infamer Schachzug, sowohl in Politik als auch in Medien, besteht darin, dass die Entdeckung der Kriegsverbrechen in Butscha nach wie vor für das Scheitern der Friedensverhandlungen verantwortlich gemacht wird. So schrecklich das alles ist, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur insofern, als ein ins Auge gefasstes Treffen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten, um weitere Details zu klären, mit Hinweis auf Butscha verschoben wurde, beziehungsweise dann aufgrund der weiteren Entwicklung einfach nicht mehr zustande kam. Die bereits paraffierte Vereinbarung von Istanbul ist also nicht an Butscha gescheitert, sondern am Willen der westlichen Staatengemeinschaft. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat recht, wenn er sagt, Russland trägt die alleinige Verantwortung für den Ausbruch des Krieges. Aber mittlerweile sind die USA und Europa verantwortlich für die Forderung eines Stellvertreterkrieges. Krone Schmalz hinterfragt kritisch die Rolle des Westens im Ukraine-Krieg und beleuchtet Aspekte, die in der öffentlichen Berichterstattung oft ignoriert oder als russische Propaganda abgetan werden. Ihre Argumentation zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur die völkerrechtswidrige Invasion Russlands verurteilt, sondern auch die Vorgeschichte und die Verfehlungen der westlichen Staatengemeinschaft in den Fokus rückt. Ein zentraler Punkt ist die gezielte Ersetzung des alten Feindbilds Sowjetunion durch das heutige Feindbild Russland. Dabei wird durch eine martialische Sprache, wie sie Krone Schmalz am Beispiel des Verteidigungsministers benennt, der Eindruck erweckt, Russland sei eine unmittelbare Bedrohung für Europa. Das Vokabular, das zunehmend Begriffe wie kriegsbereit und kriegsfähig normalisiert, erzeugt nicht nur eine Eskalationsdynamik, sondern dient auch dazu, innenpolitische Zustimmung für enorme militärische Ausgaben und Waffenlieferungen zu mobilisieren. Ein passendes Beispiel dafür ist die zunehmende Kriegsrhetorik in westlichen Medien und politischen Reden. Während Diplomatie und Verhandlungen oft als Schwäche dargestellt werden, wird die militärische Unterstützung der Ukraine glorifiziert. Das führt zu einem Klima, in dem eine friedliche Lösung zunehmend undenkbar erscheint. Krone Schmalz argumentiert, dass der Westen entscheidend dazu beigetragen hat, den Konflikt zu eskalieren. Sie verweist auf Verhandlungen, die im März 2022 noch eine friedliche Lösung ermöglicht hätten. Diese scheiterten jedoch nicht an Russland oder der Ukraine, sondern am Widerstand der westlichen Staatengemeinschaft, die den Krieg offensichtlich als Gelegenheit sah, Russland strategisch zu schwächen. Ein reales Beispiel dafür ist der NATO-Sondergipfel vom 24. März 2022, bei dem beschlossen wurde, die Friedensgespräche nicht zu unterstützen. Der damalige britische Premierminister Boris Johnsons Besuch in Kiew im April 2022 und seine Ablehnung einer diplomatischen Lösung sind weitere Belege dafür, wie der Westen die Eskalation bewusst in Kauf nahm. Ein weiterer Punkt, den Krone Schmalz anspricht, ist die Doppelmoral des Westens. Während russische Kriegsverbrechen wie in Butscha zu Recht scharf verurteilt werden, wird das Leid in der Ostukraine vor 2022 weitgehend ignoriert. Etwa 14.000 getötete Zivilisten zwischen 2014 und 2022 fanden kaum Beachtung in westlichen Medien. Diese selektive Empörung zeigt, dass Moral oft instrumentalisiert wird, um politische Interessen zu rechtfertigen. Krone Schmalz kritisiert auch die Rolle der Medien, die bestimmte Themen wie die CIA-Aktivitäten in der Ukraine oder die Rolle der NATO gezielt ausblenden. Ein Beispiel dafür ist die Berichterstattung über russische Sicherheitsbedenken. Während diese als Propaganda abgetan werden, bleiben westliche Provokationen wie NATO-Manöver an der russischen Grenze oder die strategische Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine unerwähnt. Abschließend weist Krone Schmalz auf die Tragik hin, dass der Ukraine-Krieg längst zu einem Stellvertreterkrieg geworden ist. Während die ukrainische Bevölkerung die Hauptlast des Leids trägt, verfolgen die USA und Europa strategische Ziele, die wenig mit dem Schutz der Ukraine zu tun haben. Diese Haltung wird durch die Worte des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva unterstrichen, der den Westen für die Fortsetzung des Krieges mitverantwortlich macht. Krone Schmalz bietet eine Perspektive, die im Mainstream oft fehlt. Sie ruft dazu auf, die Vorgeschichte und die westliche Mitverantwortung am Ukraine-Krieg anzuerkennen, ohne die russische Aggression zu relativieren. Ihre Analyse zeigt, wie gefährlich es ist, politische Entscheidungen auf einseitigen Narrativen und moralischer Selbstgerechtigkeit zu gründen. Der Weg zu einem echten Frieden führt nicht über Eskalation und Feindbilder, sondern über Diplomatie, gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft, komplexe Realitäten anzuerkennen.